Moinsen und willkommen zurück bei Mountain Blade 2 Bannerlord. So, die letzte Folge, ja, da haben wir gut rasiert. Wir haben extrem viele Schlachten gehabt, große Schlachten gehabt. Wir hatten auf jeden Fall auch sehr viel Ruhm dadurch kassiert. Ich kann mal gucken gerade, oh, warte mal, ich sehe gerade, wir haben hier noch Truppen zum Aufwerten. Achso, die wollen sich anschließen. Nehmen wir auf jeden Fall. Highwaymen auch. So, ähm, der Clan. Sonst fehlt nicht mehr viel. Bekanntheit 130, nächste Stufe 150, das ist, achso, 20 Punkte noch, das ist nichts. Daher würde ich mal vorschlagen, reiten wir mal los, oh, da, ups, falsche Taste. Da haben wir 24. äh, äh, Plünderer. Das müssten auch wieder drei Bekanntheit sein, äh, Angriff. Wir haben halt auch mega Soldaten, wie sie jetzt selber, die haben hier Kettenrüstung, alles teilweise. So, wir können ja schon mal gucken gehen, wo die bleiben. Ich glaube, die auch Infanterie bei haben. Ne, äh, Kavallerie meine ich, Entschuldigung. Äh, die haben nur Infanterie, Steinwerfer hier, nichts Dickes. So, ihr könnt schon mal anfangen zu schießen, ich lenke sie ab. Oh, ich sehe gerade, ich bin ganz schön, äh, verletzt. Ich sollte mir nicht zu viel, warum? Ey. So, Angriff. Chancen los. Alle erwischt? Ja. Ja. Sehr gut, zwei Ruhm sind sie geworden, trotzdem ist immer noch okay. Äh, haben wir noch Platz hier gefangen, ne? Hätten wir, aber das sind bloß diese, äh, drauf können wir noch verzichten. Oliven, bisschen Futter, aber auch jetzt nichts besonderes Dickes. Wir sollten eventuell mal, da wir echt nicht mehr so die große Armee sind, jawohl, wir sind dafür, ähm, gut ausgerüstet, ne? Wir haben extrem, oh, Karawane, warte mal. Oh, hier ist noch eine. Ja, 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 okay, die haben wir. So, Produkt haben sie sie, ich bin, äh, warte mal, wir könnten erst mal ein bisschen verkaufen. Wir haben so viele Sachen, ne? Ich überlege gerade, samt haben die sogar, ich überlege gerade, ob wir erst mal Sachen verkaufen. dass das ist alles quatsch brauchen wir alles nicht weil wir es vielleicht leicht habe ich einfach aus picke dass sie nicht nehmen sollen alles über 100 das behalten wir erst mal was das wort ihr vielleicht nicht das behalten war das behalten war daten käse öl trauben fleisch butter dem behalten war das behalten war gezackt durch nehmen wir auch das und das behalten war das auf jeden fall da will ich mir gleich mal einschnappen von spitze spitzes kriegsschwert behalten wir auch das pferd behalten war das pferd behalten war der ganze rest kann eigentlich weg höchstens der schwein 19 schweine das ist natürlich mega viel futter so haben verkauft aber liebe wohl nee 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 ist nicht wir wollen euch ja attackieren wollen ja euer zeug haben angriff ach nee so kommen sie schon wieder mit kabel rieber ich kenne ja ja das ist die kommen nicht das klappt jetzt so ein bisschen langsam mit den kommandieren und alles viele sind es ja nicht habe ich nicht so viel zu befürchten die schießen sogar schön gucken ob sie denn demnächst mal angreifen wollen ja ja sie kommen okay haltet euch bereit Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. wir sind noch nicht fährt, kann das nicht aufsteigen, jetzt der ist auch weg oh, das war es schon, sehr schön, wir haben 6 verletzt, ne, ne, schade, studanische Rekrutierung, Waffen, Sturm, Bum, Sturm, Sturm, okay, das passt ja, so, die können wir anwerben, machen wir halt mal, die sind Gefangene, warte mal, da werden wir mal die, ha, scheinklasse, das sind alles ziemlich gute, der Rahnkarawanwache, nehmen wir die raus, die raus, dafür nehmen wir die rein, hallo, 21, 24, 25, okay, den können wir anwerben, dann können wir noch einer zunehmen, was war, die britannische Frau oder sowas, level 31, lohnt 17, Berserker, okay, die anderen, ja, hm, was soll ich machen, kann ich nur irgendeinen weggeben, der nicht so gut ist, Sperrträger, nehme ich einen Sperrträger weg und nehme dafür den, so, fertig, Bögen, haben die viel bei, alter, hat sich ja mal mächtig gelohnt, Kommen wir nicht ein, ist so schnell, können wir auch nicht, den kriegen wir eventuell, ne, der ist auch so schnell, alter, der rennt uns ja komplett weg, Versuchen wir mal die da zu kriegen, mhm, auch weg, nehmen wir mal die Waldbanditen, schnappen uns die, ich hoffe, ich bin stark genug, ja, 85 Leben, okay, passt, die werden viele, viele Bogenschützen haben, Obwohl, wisst ihr was, Attacke, direkt, nicht lange rumdiskutieren, wir haben ziemlich viel Kavalerie, damit müssten wir sie eigentlich komplett überrennen können, Aua, ich werde mal besser mit dem Sperr, Ja, chancenlose Wesen, 1,9, 2,1, 1,5, perfekt, kein Verlust, äh, botanische, 25, oh, warte mal, jetzt kann man wieder, welcher, 7,28, äh, den können wir aufwerten, so, das war's, fertig, was habt ihr schönes, Kamele, Beerenkopf haben wir hier wieder ein, uh, sehr schön, dann können wir uns ja beide richtig gut equippen, nehmen wir alles mit, vielleicht sollten wir mal so langsam jetzt in Richtung Heimat reiten, hier nach Sargoth, andererseits, würde ich auch ganz gern die angreifen, ja, haben wir, 37,35, ich möchte dich nicht bekämpfen, ja, Angriff würde ich sagen, und vor allem ist es wieder so ein schönes, äh, Flachland, aber die werden sich, glaube ich, hier in Richtung, ja, die verziehen sich da in Richtung, äh, Waldgebiet, da werde ich es dann schon raus zu ekeln wissen, schießen die auf mich? ne, nicht wirklich, doch, machen sie doch, jetzt kommen sie raus, das kann nicht sein, cool, Okay. diese Feigen und oh everyone forward Dreckigen Feiglinge. Okay, wir schießen mittlerweile auch zurück. Kommt jetzt aus dem Wald da raus, ihr Feiglinge. Doe ich jetzt. Und Angriff. Charge! Dreckigen Feiglinge. Dreckigen Feiglinge. Ja, jetzt unten runter vom Pferd. Jawoll. Ist schon erregt, oder was? Gut, haben wir den auch. Wir haben keinen Toten beklagen müssen. Vier Ruhm. Vier Einfluss. Fast drei Moral. Haben wir einen neuen Gefangenen, ne? Ja. Gefangener. Aufwerten. 27.2. Können wir einen anwerben? Können wir nicht. Kacke. Kacke, 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 kacke. Können wir ihn jetzt rausschmeißen? Wir hauen den raus und nehmen dafür den mit und den auch noch weg. So. Jagdbogen. Hochlandmantel. Naja. Ein bisschen was haben wir gekriegt. So. Jetzt aber zurück. Oh, was geht da ab? Hier hinten geht noch mal ein Versteck. Gefangene. 34 Infanteristen. Hmm. Ich hole uns erstmal die hier. Dazu natürlich mega viele. Boah, scheiß Wald, ey. Boah! Im Wald mag ich überhaupt nicht kämpfen. So gerne. Ach, wo sind sie? Hm? Ach. Charge! die sind sowas von keine gefahr mehr zur zeit die bauern alle wischt ja alle wischt 1 7 1 8 1 3 gefangene brauchen wir nicht den können wir wieder auf doch zum lakain der möchte gerne für uns kämpfen lassen wir gerne zu und krims krams hier so glaube ich machte versteck weil wir so vielen gefangenen und es sind nicht mal viele sind 26 32 37 gegner dann lass uns mal die gruppe zusammen poolen hier landische rekruten will ich nicht mitnehmen so war einer langmesser es war einer langwässer entschuldigung den nehmen wir mit gute buchschützen nehmen wir mit studische veteranenbogen schützen all dafür ein champion ist dazu den champion nämlich auf jeden fall mit schild mit nehmen wir auch mit gut passt attacke machen wir die in der folge noch dann greifen wir ein schau ist mal nachts angreifen müssen 1 2 3 4 5 6 7 8 also die ersten acht leute die kommen bei uns immer mit 2 3 4 4 5 Ah, ich... Oh, shit. Oh, da sind viele. Oh, 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 oh. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab nur drauf gewartet, älter. Mal gucken, wie viel sie noch wegholen können. Na komm. Jawoll. Na ja, ihr freut euch, wir werden weiter angegriffen. Jawoll. Jawoll. Immer weiter, 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 weiter. Alter. Der macht die komplett alleine fertig hier. Obwohl der so übelst krass viele, äh, okay, jetzt halt, jetzt halt erledigt. Kaiserliche Legionär und Wächter. Tötungen. Der Tangel-Share-Vian-Champion, ne? Der hat gerade richtig rasiert, alter. Herrlich. Na gut, zeigt mal her, es ist ja kommen noch mal übrig. Dann warten wir jetzt hier und, äh, heilen uns. Ich mach kurz den Cut, damit wir nicht alle abwarten müssen. Bis gleich. So, ich bin geheilt. Können wir angreifen. Die sind auch wieder alle geheilt, aber na ja. Das soll ja nicht der Problem sein. Die kriegen wir vielleicht weg. Wir haben vor allem, wir können 32 Infanteristen und 5 Cavalry zu unserem Meer hinzufügen. Ich hoffe halt nur, dass die auch was taugen, ne? So, Angriff. Ich hab mir wieder die 8 Besten rausgesucht. Ah, guckst du dein Schwert da schön an? So. Dann schießt mal los. Okay, der ist down. Der ist noch nicht down. Dann schießt mal los. Ah, das ist doch chancenlos, die Jungs, ey. Ja, wir laufen aber auch halt echt mit schwerer Rüstung rum, ne? Das ist auch so eine Sache. Oh, fuck. Sorry, man. Unfassbar. Jetzt mach ich hier einen No-Scope-Treffer, ey. Bei meinen eigenen Leuten. Das ist ja wie berast, ey. Chancenlos. Ach, es ist doch nur einer. Ach, es ist doch gar keine Sicht behauptet, ey. So, wie viel haben wir denn bekommen? 2, 2, 2, 7, 1, 7. Kein Verlust gemacht. Perfekt. So. Blöde Bauer nur. Oh, Gott. Ja, komm. Nehmen wir sie mit. Oh, wir können 82 Truppen. Jo, das ist wieder Hakenpfeile. Ich glaube, es ist mal nichts besonderes. So, weiter runter nach Sargott. Plünderer. Nichts besonderes. Können wir mal gucken. Oh, egal. Scheiß auf die Truppen rekrutieren. Ne, blöde Brunschützung. Jetzt sind wir langsam, nur was, falls sie gewöhnt, hier. Bilon der Waldvölkergruppe. Das ist alles hier. Nichts besonderes. Wo es sich anzugreifen lohnen würde. Truppen. Was haben wir hier? Hier, die nehmen wir mit auf jeden Fall. Oder greifen wir die doch an? Komm ran, aber das dauert mir zu lange. Plünderer, Plünderer. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch? Wie viel müssen wir denn noch? Ach, wir sind schon klar in Stufe 2. Mhm. Barmherzig. Gnade. Deswegen können wir auch so viele Leute mitnehmen. Verstehe. Truppen. Games in Bearfield. Handeln. Handeln. Lass uns mal handeln. Das können wir weggeben. Die Pferde lassen wir erst mal noch. Breitschwert. Das können wir alles weg. Weg, 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 weg. Das lassen wir noch. Das lassen wir noch. Und das noch. Den Jagdbogen lassen wir noch. Entfernungsfeile. Wiederhakenfeile. Salz, Lehm, Lein, Töpferei, Ware, Pelz, Bärenkopf, Hochlandmantel. Das können wir noch behalten. Erstmal das auf jeden Fall. Das auch. Den Rest verschauen wir für 6000. Alter Verwalter. Gut. Geh auf den Bergfried. Schmied, Schmiede, Truppen. Zu Taverne gehen. Wen können wir hier alles anwerben? Tavernenmarkt. Heute habe ich gerade die Lüsegeldvermittler oder so gewesen. Na. So, zeigt mal her. Wie kann man die Verschärbeln hier von den Jungs? Was bringst du? 1800. Hier fehlt doch eine. Ich habe noch wieder einen verloren. So ein Scheiß. Ist der mir echt entkommen, ey. Verkaufen. Was haben wir hier für welche? Schläger. Schmiede können wir nicht wirklich von Anfang. Wir haben nicht so viele Sachen. Schwert wieder schön lang. Schmiede ist ein 3. Spächer hat es gerade. Das wäre jetzt das Schwierigste hier, oder was? Naja. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir ja Schluss. Und sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.